Hallo allerseits, in diesem Video möchte ich gerne mit Ihnen einen Text lesen, und zwar einen Text aus der vormodernen arabischen Literatur. Diese Videos sind Bestandteil meines Lektürekurses an dem Institut für Arabistik und Islamwissenschaft in Münster. Und wer möchte aus der großen YouTube-Gemeinschaft kann natürlich mitlesen. Das ist ein kleines Experiment, das habe ich vorher nicht gemacht, und zwar beruht das darauf, dass nach meinen Erfahrungen es sehr gut ist, wenn ein Mensch die Möglichkeit hat, einen Text von der jeweiligen Dozentin, Dozenten schon gehört zu haben. Weil das arabische, ja gerade die alten Texte haben keine Satzzeichen, und das geht dann schon ein bisschen durcheinander, wo etwas anfängt, ein Sinnabschnitt oder wo dieser Sinnabschnitt aufhört. So, das ist ein großes Anliegen von mir, dass Sie das schon mal gehört haben. Und ich werde eine Seite aus dem Text lesen für den Einstieg. Das kann dann auch jeder vorbereiten, nachlesen, nachäffen, nachahmen, so wie ich das auch bewerbe, was Sprachenlernen betrifft. Und das kann man auch auf die arabische Literatur ausdehnen und auch auf die vormoderne Literatur. So, und zwar stammt dieser Text, den ich lesen werde, aus dem Kitab Al-Areni von Abul Faraj Al-Isbahani. Worum es geht, was das ist und so weiter, das werden wir zusammen dann während des Leseprozesses feststellen. Da will ich jetzt nichts weiter zu sagen, sondern direkt mit der Lektüre beginnen. Von der Lektüre, das ist für Manni von Abitab Al-Itsbahani, »Tabbt Schra«, »Hu Thabitt بن جابر الفهمy, »Wotabbt Schra«, »Lakab un lakab liquebi.« »Das Erle, das Erle Yoga an-Hu, »Kamschen, eine lange über die Bache«, »Fahteml'Au, »Fahteml'Au, »Tabnia vibratulAsjah », »Fajal Jáab-Ul加油'Au, »Tol-Tariq, فلما قرب من الحي ثقل علي الكبش فلم يقله فرمى به فإذا هو الغول فقال له قوم ما تأبدت يا ثابت قال الغول قالوا لقد تأبدت شرا فسمي بذلك وقيل بل قالت له أمه كل إخوتك يأتين بشيء إذا راح غيرك فقال لها سأتيك الليلة بشيء ومضى فالصاد أفاعي كثيرة من أكبر ما قدر عليه فلما راح أتى بهن في جراب متأبتا به فألقاه بين يديها ففتحت فتساعين في بيتها فوثبت وخرجت فقال لها نساء الحي ماذا أتاك به ثابت فقالت أتاني بأفاع في جراب وقلنا وكيف حملها قالت تأبتها قلنا لقد تأبت شرا فلزمه تأبت شرا So, das ist also unser Text beziehungsweise die erste Seite unseres Textes den wir lesen werden machen Sie es mir nach sprechen Sie mir nach Sie haben das Video Sie können es sich langsamer machen schneller machen je nachdem wie es Ihnen gefällt es gibt auch ein sehr gutes Tool dazu habe ich ein Video gemacht das kriegen Sie dann am Ende dieses Videos angezeigt alle Texte die wir lesen werden also mein Lektüre Kurs leider muss ich da die YouTube Gemeinde ausschließen aber alle Teilnehmerinnen des Lektüre Kurses kriegen diesen Text und auch andere Texte auch das Glossar in Form eines digitalen Handapparates zur Verfügung gestellt und zwar wird es dann ein Ordner sein der auf meiner Cloud liegt und da können dann alle drauf zugreifen Sie müssen also nicht ins Institut kommen und den Handapparat scannen oder kopieren das hat natürlich auch den Vorteil dass wir kein Papier verbrauchen so ansonsten ja ich zeige nochmal das Buch damit Sie wissen wie das Buch aussieht Sie sehen auch die Signatur jeder der in Münster ist kann sich natürlich auch das Buch angucken ich weiß nicht ob es ausleihbar ist ich glaube nicht ja aber das ist das Buch und Sie werden natürlich die Seitenangaben und die Literatur die Quellenangabe auch in der Beschreibung zu diesem Video bekommen das heißt alle Menschen die sich das auch gerne durchlesen wollen und nicht nur am Computer in diesem Video die können dann sich natürlich auch in ihrer Bibliothek dieses Buch ausleihen beziehungsweise die Seiten scannen ja dann wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und wir sehen uns in dem in der ersten Stunde unseres Lektürekurses und für alle anderen die auf YouTube mitmachen wollen wir sehen uns in dem nächsten Video